ja und somit ein recht herzliches hallo mehr oder weniger zu diesem ganz kurzen info video ihr seht hier meinen rechner wieder mal zerlegt ja noch gut zwei jahren ja keine ahnung ist es wieder mal passiert und ja ich drehe computer auf und ich habe nur schwarzen bildschirm akustisch hört sich zwar so an als würde er jetzt normal starten aber ich habe nur schwarzen bildschirm leider momentan größte vermutung ist das motherboard das ist aber jetzt nur reine spekulation einmal netzteil ist noch möglich cpu was auch immer ja wir haben schon ein bisschen herum experimentiert und versucht ich und der mike mir habe ich noch meinen zweiten reserverechner das ist mein alter vielleicht krieg ich den so weitermal noch hin dass ich jetzt irgendwie weil die speicherstände habe ich ja glaube ich nicht in der cloud angelegt ich bin weiß nicht sicher im wie heißt bei steam und ja vielleicht schaffe ich mindestens das eine andere einzelrennen vielleicht für euch so lange ich den fehler nicht gefunden habe und mein neuer rechner dann läuft ja wie gesagt ihr seht hier sogar eine alte grafikkarte die ich auch probiert aber die ist es nicht ja keine ahnung ich will euch da länger auch nicht weiter auf die folter spannen sobald es neuigkeiten gibt werde ich euch das mitteilen wie gesagt wenn ich da hinkriege dass ich darauf da vielleicht das eine oder andere video zusammenbringe und hochladen kann wenn ich euch da auch auf dem laufenden halten ansonsten wird es jetzt einmal die nächsten tage ein bisschen ruhiger sein höchstwahrscheinlich auf meinem kanal noch ruhiger als es eh schon mehr oder weniger ist ja ich weiß die far cry fans und die raceroom fans waren auch schon sehr nervös sind schon auf nadeln gesessen ja jetzt demnächst wäre es auch wieder weitergegangen demnächst ziemlich sicher sogar ja wenn er wieder läuft der computer dann ja da geht es auch definitiv da auch wieder weiter mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen und ja entweder ich bringe dann wieder bis jetzt mit dem handy aufgenommen wieder ein update die nächsten tage oder wie auch immer ja jetzt ist bei mir was ist jetzt donnerstag auf freitag am wochenende wird es wahrscheinlich eh nicht viel passieren muss ich mal schauen aber spätestens montag dienstag vielleicht nächste woche melde ich mich dann wieder wenn es bis dorthin nicht klappt je nachdem vielleicht schaffe ich es ja hier wenigstens eine andere einzelrennen zu starten das wäre schon mal immerhin was bei moto gp 16 weil ich noch raus sehe the game ja genau in diesem sinne wünsche ich euch noch schönes wochenende jetzt fans ja moto gp in assen und ja dann schauen wir uns mal an und hier kann ich jetzt weiterhin nichts dazu sagen leider ja bis dann danke und bis zum nächsten mal ciao ciao